Hallo, mein Name ist Geoffrey, aber in den triefen Kreisen der Unterwelt bin ich nur als der Voyeur bekannt. Ich beobachte und ergötze mich am Leid der anderen. Slenderman, Rake, Geoff, ihr alle mordet und befriedigt dabei eure Triebe. Doch keiner von euch hat mich je bemerkt. Ich bin der Schatten eurer elenden Existenz. Ich bin euer Stalker. Ich bin die Bestie der Bestien. Ich bin der Voyeur. Viele von euch werden sich nun fragen, worin meine Tätigkeit besteht. Ich beobachte, wie die Wesen der Finsternis ihre Werke verrichten. Ich demoliere mich, während die erlustren Spiele von meinen Augen gespielt werden. Blutig, gewaltsam und höchst erregend. Das eine Mal beobachtete ich Geoff, wie er eine Familie regelrecht hinrichtete. Er schnitt den Eltern bei vollem Bewusstsein die Herzen aus dem Leib und zwang die Kinder jene zu essen. Es war eine höchst imposante Posse. Ein anderes Mal konnte ich beobachten, wie Slenderman eine Geburtstagsfeier von Kindern befreite. Seine Tentakel rissen den Erwachsenen die Köpfe vom Leib. Auch hier war es wieder höchst interessant, das Schauspiel zu beobachten. Nun, heute beobachte ich The Rake, wer den Leser dieser Zeilen besucht. Ich bin höchst gespannt, was sich heute zutragen wird. Im Übrigen, du solltest dich langsam in Bewegung setzen. Rake sitzt schon unter deinem Fenster.